Die SPD beginnt heute mit der Abstimmung über den Koalitionsvertrag und die Bundeswehr hat ein Problem. Der Wehrbeauftragte kritisiert den Zustand der Truppe in seinem Bericht scharf. Und wir haben noch was zum Thema Dieselabgase, denn der ADAC appelliert an die Autobauer zwecks Nachrüstung. Das und noch einiges mehr heute Abend um 23 Uhr bei uns bei Phoenix.